Hallo Leute und Willkommen zu meinem ersten Let's Play zu Fire Emblem Heroes. Ich akzeptiere natürlich alles. Ich kann es später verknüpfen. Wie ist es? Ich kann es später verknüpfen. Ich kann es später verknüpfen. Ich kann es dann natürlich im Ingenieur ein bisschen. Ich kann es später verknüpfen. Okay, es hilft, es heilt der Tuch der Alb an! Wie ist es? Was? Ist es ja gut? Aber jetzt bin ich! Wir sehen uns jetzt. Wir sehen uns jetzt. Ruh Ja. Lebens nach. Wir sehen uns nicht. Okay, es war ja nur ein Ausprobieren. Den, die kenne ich noch aus, äh, ähm, Shadow Dragon. Roy, ähm, bei dem bin ich mir nicht sicher. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht solltest du doch mal da unten gucken, Daniel. Da unten steht's doch. The... Awakening. Ja, das ist ja der Hauptcharakter. Es gab sogar mal... Ach, die Schwester von Chrome. Cool. Ja, MAD! Das ist mein Lieblingscharakter, der kommt nämlich auch aus Shadow Dragon. Äh, weiß ich nicht. Da steht's auch nicht. Kenn ich nicht. Äh, weiß ich auch nicht. File Emblem Fades, keine Ahnung. Aber die hat da richtig große Dinger. Lol. Ich werd' mal... Ich werd' mal... Ich werd' da mal die Zeit überbrücken und kurz mal ne Pause machen. So, Download wurde abgeschlossen und los geht's. Ich liebe Kinder... Ich liebe... Ich meine... Ich liebe Fire Emblem, wollt' ich sagen. Jetzt sind alle... Der sieht wirklich so aus wie Marte, ist es aber gar nicht. Willkommen. Willkommen. Musik Ich bin natürlich männlich. Was denkst du denn? Ich rufe dich herbei. Musik Gibt es da wirklich eine richtige Story? Das wäre richtig cool. LOL Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Musik Das ist ja richtig cool. Ey, sowas habe ich nicht erwartet. Nun, Angriff. Ganz ehrlich, ich habe sowas gar nicht erwartet. Stage Clear Ich dachte, das wäre nur so ein Strategiespiel, wo man einfach drücken muss und keine Ahnung. Aber sowas, damit habe ich gar nicht gerechnet. Musik Ja, es ist ja richtig cool. Ich finde es interessant auf jeden Fall. Sage ich mal so. Die Legende. Oh ja. Musik Ich könnte natürlich hier, wie erstabt sie euch, Meine. Musik Es gibt sogar englische Sprachausgabe lol Nachwesend kann ich gar nicht ergreifen geil Wie geil Wie geil Level 4 lol Erstmal für Level 3 Und dann Level 4 Ja es braucht eine Internetverbindung Verbindung Beklage 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 ist das euer ernst jetzt muss ich noch mehr runterladen na gut wir sehen uns dann später oder was mir gerade eingefallen ist ich beende hier den part und dann fangen wir beim nächsten mal wieder machen wir beim nächsten mal weiter also leute wir sehen uns dann beim nächsten mal und ciao